Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Wir haben uns relativ gut im Markt gehalten, sag ich mal. Wir sind so weiterhin bei 54.500 US-Dollar. Ich bin weiterhin im Urlaub, deswegen kommen die Videos auch ein bisschen unregelmäßiger. Morgen früh auch wieder, so um die Uhrzeit, sag ich mal. Und dann ab Dienstag läuft das alles wieder normal. Da kommen die Videos zumindest in der Woche nachmittags. Und dann bin ich wieder zu Hause. Gut, würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der Chart-Analyse. Schauen wir uns wie immer Bitcoin an. Wie gesagt, momentan bei 54.500 US-Dollar. Wir hätten jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart ein kleineres Double-Bottom-Pattern mittlerweile gebildet. Also uns gibt momentan dieses 0,5er Fibonacci-Retracement-Level relativ guten Support. Wichtig ist jetzt auch, wir sind jetzt hier über unser kleineres Falling-Vatch gekommen. Warum kleineres? Weil ich mittlerweile sogar noch ein größeres eingezeichnet habe, was mir sogar mittlerweile ein bisschen besser gefällt. Wir hätten nämlich hier oben beim All-Time-Heim-Berührungspunkt. Wir hätten bei 66.000 US-Dollar den Berührungspunkt. Und hier an unserer Bull-Flag. Das heißt, wir könnten jetzt natürlich, ich zeichne jetzt mal dieses W wieder raus. Und mache es mal ein bisschen größer. Wir könnten jetzt genauso einfach hier noch ein bisschen konsolidieren. Nach unten gehen. Wirklich nochmal in unser Golden Pocket. Ganz kurz rein dippen bei ungefähr 51.000 US-Dollar. Und dann hier wirklich das Breakout nach oben schaffen. Ist jetzt wirklich Theorie. Alles Zukunftsmusik, sage ich jetzt erstmal. Aber wir können es auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ich lasse das andere jetzt mal drin, weil wir ausgebrochen sind. Sogar mit Bestätigung auf dem 4-Stunden-Chart. Volumen dürfen wir momentan einfach nicht zu ernst nehmen. Wir haben Wochenende. Es war eine Korrektur. Da ist sowieso alles immer noch ein bisschen vage. Das Volumen ist sowieso ein bisschen niedrig. Deswegen wäre ich da auf jeden Fall vorsichtig. Was ich euch gestern noch in die Gruppe geschickt habe. In die Telegram-Gruppe. Interessanter Fact. Also wie gesagt, wir sind ja momentan hier bei 0,5er Retracement. Jeder denkt, wir gehen in Richtung Golden Pocket. Die gleiche Situation hatten wir hier beim El Salvador Dump ebenfalls schon. Wir hatten den Dump. Jeder ist davon ausgegangen, hey, wir sehen hier die 38.000 US-Dollar ungefähr. Wir haben dann gesagt damals bei uns in der Telegram-Gruppe. By the way, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt. Kommt auf jeden Fall gerne rein. Würde mich freuen. Genau. Wir haben ja auch damals gesagt, okay, wir gehen hier auf 38.000 US-Dollar. In der Gruppe haben wir gesagt, nee, ich positioniere mich ab 41.500 US-Dollar. Habe ich meine Long-Position eröffnet. Das ist die, die ich immer noch offen habe. Und habe dann gesagt, okay, nach unten hin bis zum Golden Pocket werde ich erhöhen. Und wo sind wir dann im Endeffekt gelandet? Wir sind bis auf 39.500 US-Dollar maximal runtergegangen. Wir haben das Golden Pocket nie erreicht. Gleiche Situation wie hier. Beziehungsweise es wäre zumindest möglich. Wir sind hier immer unter das 0,5er gedippt. Und dann hier sind wir jetzt momentan auch am 0,5er. Also behaltet das wirklich mal im Auge. Zieht euch vielleicht auch mal hier das FIP-Level. Beobachtet das. Vielleicht habe ich morgen mal Zeit, um einfach mal ein Fraktal einzufügen. Ob sich das ein bisschen ähnelt. Aber so wie ich es jetzt gerade sehe, eigentlich nicht. Aber einfach mal, um es im Hinterkopf zu behalten. Letzten Mal haben wir es auch nicht erreicht. Gut. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum hat es leider nicht mehr in unseren Abtrendkanal geschafft. Wir wurden hier rejected. Momentan gibt uns diese 6 Stunden Demand, die wir jetzt schon zum dritten Mal hier wirklich als Support nutzen. Noch ein bisschen Support. Die Frage ist, wie lange hält es noch? Wir haben jetzt schon dreimal Liquidität hier rausgesucht. Und das wirklich bis ganz nach unten. Hier sind wir bis knapp an dem Pivot. Hier haben wir den Pivot berührt. Und jetzt sind wir wieder am oberen Ende der Demand. Irgendwann ist mal gut damit. Gut möglich, dass die dann irgendwann nicht mehr hält. Und wir hier wirklich nochmal ein bisschen tiefer gehen. In den Bereich der 3.800 US-Dollar. Oder unsere nächst größere Demandzone. Hier eine 6 Stunden Demandzone. Bei ungefähr 3.700 US-Dollar. Ist noch nicht aus dem Schneider, würde ich jetzt mal sagen. Zeichnet es euch ein. Wir müssen das auf jeden Fall jetzt im Laufe des Tages beobachten. Schauen wir uns Cardano an. Cardano, unser Stablecoin. Auch wieder nach unten gedammt. Wir hatten ja gestern hier unser Symmetrical Triangle. Wir hatten ein kurzes Fake-Out nach oben. Kein Volumen. Sind dann nach unten gedammt. Preiszähle erreicht. Und somit sind wir wieder an unserem Void hier angelangt. Also das Void ist jetzt endgültig auf jeden Fall gefüllt. Sollte jetzt erstmal gut sein damit. Volumen ist klar weiter unten. Würde ich jetzt aber momentan wirklich kein Other-Trade. Ich habe ja gestern gesagt, ich überlege es mir. Aber bin dann doch nicht in den Other-Trade reingegangen, weil mir die Situation einfach momentan nicht gefällt. Schauen wir uns Elrond an. Elrond, schöner Bouncer an unserer 2 Stunden Demandzone hier. Hier hat sich wieder über den Monats-Pivot R3 gekämpft. Aber auch hier momentan eher Seitwärtsphase, so wie generell im Markt, so wie es aussieht. VeChain weiterhin mitten im Downtrend. Aber auch eine Bullish Divergence, weil wir immer höhere Hochs im RSI sehen, aber tiefere Tiefs im Chart. Irgendwann wird sich hier was tun, aber momentan sind die Augen einfach auf Bitcoin gerichtet. Schauen wir uns IOTA an. IOTA auch wieder down. Wir haben sogar den 200er SMA jetzt über Nacht gebrochen. Kein gutes Zeichen. Wird es jetzt auch interessant, ob wir jetzt hier weiter runter gehen, wieder an unser Ende von unserer Range, die wir irgendwie seit Wochen, Monaten traden. Aber auch hier bin ich in keinem Trade momentan. Gut, würde ich sagen, gucken wir uns ganz kurz die News an. Ich habe gestern noch eine Ripple, VeChain und Elrond Chart-Analyse geschrieben. Wenn ihr Bock habt, ich glaube, die habe ich euch gestern noch in die Chart-Analyse-Gruppe gepostet. Ich weiß gar nicht, ob ich es in den Talk-Channel gepostet habe. Kann ich dann auf jeden Fall noch machen. Schaut auf jeden Fall bei CryptoGuru vorbei. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mich auf jeden Fall unterstützen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht machen wir heute noch oder morgen noch die 700 Abos voll. Wäre richtig, richtig klasse. Und vergesst nicht die Femex Trading Competition. Meldet euch an. Der Link ist auch dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch einen entspannten letzten Tag hier machen. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns in der Gruppe. Kommt auf jeden Fall dazu. Und wie immer, Stay Crypto!